Hallo meine Freunde, Willkommen zu einem neuen Projekt. Ja, erstmal danke an Ash und Lucia-Fans für die Glückwünsche an YouTube, würde ich mich bedanken. Naja, und jetzt zu dem Gegner. Pokémon mag ich nicht, aber gewöhnlich ist es. Ich nenne es die Daniels-Version, weil ein Kumpel das Daniels gemacht hat. Das ist, man kriegt ja andere Starter und man kann halt andere Pokémon haben. So, beginnen wir einfach mal. Ihr werdet ja sehen. Erst über die Option. So. Ich werde schon mal den Daniels-Version machen. Und los spielen. Ja. Entschuldigung. Naja. Naja. Und ich finde es scheiße so und scheiße geklappt. Jetzt, ob man nicht wüsste wie es geht. So. Ich werde es immer übertrieben. Und hier habe ich ja auch irgendwann, 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 irgendwann das zu sehen. Das finde ich. Nein, oh Gott. gut. Und ja, so jetzt. So jetzt. Ja, jetzt. Ich werde das hier. Wird es nicht. Also. Ich werde es nicht verletzen. Ich werde es nicht. So jetzt. Ich werde es nicht. Aber ich werde es nicht. Und. So. So. So, wo es so gut? So. Wo es so gut? So. So, if you need to put it, then you should be trying to set it up, and then set it up. Okay. Don't miss this. gut gut der Töne ist schon ich bin aufgehauen wo ist das aufgehauen aufgehauen ja gut also so oh ja schön ok sind wir zum Werk aber jetzt mal gehen wir rein ein christmas whatever mein ja freundlich ist noch besser oh wo genau du guck mal oder ist das 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 guck Und der ist die tatsächlichen Umgebung. Ich sag's mir, ne. Ihr nehmt jetzt aus mein Scaraborn. Scaraborn. Und ich werde um Scaraborn. Und... Boah, warum ist eigentlich immer weiblich? Den Lohle, du testest immer wieder so. Ich werde jetzt nicht mehr verpassen. So. Gut. Ja. Und ich werde jetzt noch mal so. Und ich werde jetzt noch mal wieder tun. Und ich werde jetzt noch mal wieder runter. Und ich werde davon Testing-Lay noch mal wiederkommen? Ja. Deine Ahnung. ... ... ... ... ... ... nur und auch und und schluss hier in den in So, ähm... Cool, das trägt ja jetzt mal... Cool, Sonderbuch. Nehmt, das ist schwierig. Aber ja, schon mitgelebt. Gut, fliegen wir noch weiter. Und was soll ich jetzt? Oh, okay. Oh, okay. Mangel mal ein Blatt. Und schluss. Oh, man, jetzt können wir ja noch... Schnell. So, okay. So, ich will schon jetzt schön ich fange. Hm, hm. Hm, hm. Hm, hm. Cool, ich will schon jetzt schon ein bisschen fangen. Hm, hm. So, ich kann es nicht mehr so gut machen. Oh, ich hab das schon... Ich kann das nicht mehr so gut gestalten. Ja, ok. Das ist nicht mehr so gut. und war Oh, mh, der auch schmuck. Gut. So, ihr könnt, wie viel Spaß. Meine Freunde, 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 die machen sich immer hier weiter und ich freue mich auf euch.